Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schupeck wird präsentiert von Möbel Höfner. Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Heute koche ich mit der Regina Knapping, eine fesche Dame. Und jetzt schauen wir doch einmal, wie es bei dir ausschaut. Grüß Gott, tritt ein, bringt Freude rein. Hier ist meine schöne Zuhause. Ich habe seit 30, 35 Jahren wohne ich schon im Lehel und seit 12 Jahren hier in dieser schönen Wohnung. In der Nähe vom Englischen Garten, der ist nur schräg gegenüber, aber mein Balkon ersetzt mir Reisen und dann lade ich mir schon mal Freundinnen ein zum Frühstück. Ich bin auch gerne eingeladen irgendwo und genieße meinen Ruhestand. Und habe endlich so viel Zeit wie noch nie in meinem Leben für mein Privatleben. Lesen, lesen, Fernsehen schauen, Opa gehen, Proben besuchen. So, hier ist meine Küche. So richtig schöne altmodische Küche noch mit allen Gewürzen, alles steht da rum. Ich habe nicht alles in Regalen. Und hier in der Küche, das ist halt mein liebster Aufenthalt, wenn ich nicht fernsehe und lese, kochen. Kochen für Freunde, kochen für mich selber, aber für mich nur einfache Gerichte. Für Freunde immer reichlich und mitnehmend in Marmeladengläser. Ja, jetzt gehe ich dann zum Schubeck, werde mich umziehen und dann werden wir dort kochen. Regine, wie heißt dein Gericht heute? Mein Gericht heißt Chicken Picante à la Regina. Genau, à la Regina. À la Regina. Und das à la Regina? Kennengelernt habe ich es in St. Thomas in der Karibik. Da war ich einmal in Urlaub und da hat es mir jemand präsentiert. Ich bin in die Küche gegangen, habe mir das Rezept geholt und seitdem koche ich das immer für Freunde. Wenn ich viele Gäste habe, jetzt nicht mehr, ich koche es zu Hause. Die Freunde kommen mit dem Kochtopf, nehmen es mit und bei denen wird es gegessen. Oder ich mit meinen Rezepten fahre ich dann zu Freunden nach Salzburg und koche es dort. So, Regina, du bist ja in Danzig geboren. Ja, 1936. Halt, da schau her. Kennst du Danzig? Nein, ich kenne es nicht. Ich bin nur dort geboren. Mein Vater ist Österreicher. Meine Mutter war aus Danzig. Und ja, da hat er ihr das Baby gemacht. Das war ich. Ich bin dort nur geboren. Er hat uns abgeholt aus Danzig. Und wir sind nach Wien gezogen. Und in Wien bin ich aufgewachsen bis 1950. Habe also meine Schulzeit, Kinderzeit, Jugend und wurde von meiner Mutter leider 1950 nach Deutschland, weil die Eltern waren geschieden. Ich durfte nicht beim Vater bleiben. Ich wurde der Mutter zugesprochen. Kam ich nach Deutschland. Hast du da schon ein bisschen gekocht oder wo hast du dir das Kochen abgeschaut? Bei meiner Oma, die war Köchin und zwar eine ganz berühmte Köchin war sie beim Direktor vom Karl Theater in Wien. Sehr gut. Das ist das jetzige Theater an der Wien. Und sie hat mir immer erzählt und sie hat auch gerne gekocht. Ich habe zugeschaut als Kind und später auch, als ich sie besucht habe und hat halt Fotos gehabt vom Girardi und von der ganzen Sänger und Schauspieler, die damals dort im Karl Theater aufgetreten sind. Das war die Zeit der Silbernen Operette. Und dann hat sie beim Direktor im Karl Theater nach den Premieren die Gäste eben mit Essen verköstet. Und mit Theater, wie bist du da in Verbindung gekommen oder hast du das immer schon gemacht? Ich habe immer Theater gemocht und Oper. Aber als Kind habe ich halt Filmschauspieler, da sind wir quer durch Wien gelaufen. Es fuhren keine Straßenbahnen. 45, 47 ging das erste Mal los mit Straßenbahnen. Wir haben kein Geld gehabt, wir sind gelaufen. Autogramme von Filmschauspielern holen. Und dann immer, meine Mutter hat arbeiten müssen und hat mir Geld gegeben zum Essen kaufen. Aber ich habe mir eine Salzgurke gekauft und eine trockene Semmel. Und dann sind wir lieber ins Kino gegangen. Und da habe ich meine Leidenschaft für Schauspieler oder Sänger und so weiter da eben aus Wien. Und wie bist du dann nach Deutschland gekommen bist? Da habe ich mit meiner Mutter zuerst in Minden in Westfalen gewohnt. Und habe dann 1957, weil ich einfach wieder in eine Großstadt wollte, meinen Mann kennengelernt durch eine Heiratsannonce in der Konstanze. Dann haben wir uns getroffen und ich bin nach Köln gezogen, weil ich endlich einmal wieder in einer Großstadt sein wollte und dachte, bei einem WDR Musiker werde ich Kontakt zur Musik haben und zu Menschen und so weiter. Aber der war ein so langweiliger Mensch. Und das Theater, das war halt, die Oper wurde erst aufgebaut in Köln. Und als sie dann auch aufgebaut war, da sagt er, es gibt eh keine Karten für die Oper, habe ich so Sinfoniekonzerte beim WDR halt gehört durch ihn. Schallplatten und eben meine Liebe zur Oper mit Fernsehen, was dann kam und Radio. Aber wie bist du dann nach München gekommen? Ich habe dann in Köln nach zehn Jahren, sagen wir, geschieden worden. Mein Mann, der wollte sich von mir nicht so bekochen lassen, wie ich es aus Österreich gewohnt war. Der wollte nur Fleisch haben, der kam aus Oberschlesien, Kackmirska, keine Gewürze, keine Salate, immer nur ein Stück Fleisch und sowas. Und mir natürlich, ich habe dann für mich auch nicht groß Lust gehabt für den Burm, den ich damals hatte, habe ich halt Grießkoch und das alles gemacht oder Ravioli aus der Dosen. Und später, nachdem ich geschieden war, habe ich jemanden kennengelernt und habe dann da in Köln mich selbstständig gemacht, weil ich hatte so handwerkliche Fähigkeiten zum Basteln und so weiter. Und da habe ich eine Boutique aufgemacht, ja. Und die habe ich übernommen und dann, das war eine Kölner Ladenstadt, das war aber eine Schweizer Firma, die die Kölner Ladenstadt erst eröffnet hat. Und da habe ich die Regina-Boutique in der Kölner Ladenstadt gemacht. Und der Schweizer hat mir dann eben die Boutique gegeben auf Abzahlung und die habe ich dann ein paar Jahre geführt. Und dann habe ich noch ein Kölner Kunstkabinett aufgemacht und in der Kölner Ladenstadt musste ich zumachen. Da haben sie es wieder teurer jemand anderen vermietet. Und dann habe ich an der Nord-Süd-Fahrt ein Kunstkabinett gemacht mit Bildern. Und in der Zeit war ich aber immer in der Oper, weil ich habe dort die Techniker kennengelernt und die Elektriker. Und dann durfte ich in der Beleuchterloge sitzen und Opern schauen. Schön. Und wie bist du jetzt dann noch? München gekommen? Ja, und dann saß ich mit meinem Kölner Kunstkabinett, das was sehr erfolgreich war, weil ich habe mit Wiener Galerien und mit Wiener Malern zusammengearbeitet, große Ausstellungen gemacht und immer in der Zeitung gestanden, weil ich habe immer spektakuläre Sachen gemacht. Die nackte Queen habe ich ausgestellt, die wurde verboten. Da musste ich die ganze Galerie schwarz abdecken mit einem kleinen Guckloch. Und da konnte man durchschauen und dann hat man die nackte Queen gesehen. Sehr gut. Und dann saß ich natürlich, habe auf Messen auch ausgestellt, mit Wiener Galerien zusammengearbeitet und dann saß ich mit der Herstattpleite plötzlich auf dem Trocknen. So, von heute auf morgen Laden dicht gemacht, nichts gehabt, nebenbei gejobbt, Geld war weg, alles in der Herstattbank. Das hat sich nach sechs Jahren, habe ich dann ein bisschen was, wohnte ich schon in München, überwiesen bekommen. So, und jetzt werden wir einmal ein bisschen was kochen. Ja. Jetzt machen wir zuerst eine kleine Atempause. Wir richten nun mal alles her und dann legen wir los. Bis gleich. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höfner. Regina, jetzt unser Huhn. Regina, was brauchst du da, was hast du da für Zutaten? Normalerweise kaufe ich ja schönes Maishändel und zerteile es dann selber mit dem Messer und die Knochen, die tue ich dann als Suppe kochen und die Stücke, die schmeiße ich ins heiße Öl, das brate ich an, brate ich die Stücke scharf an, dann nehme ich sie raus und dann werden Schalotten kleingeschnitten. Ja, die habe ich eh schon so ein bisschen vorhergerichtet und die werden hinein und wenn die angeschwitzt sind, kommt das Huhn wieder rein, dann kommt ein ganzer Batzen Rosinen rein und wird mit etwas Geflügelbrühe aufgegossen, weil eigentlich wird es mit viel Rotwein aufgegossen, aber der würde so zischen und in dem heißen Fett nicht angenehm sein. Deswegen ein Schuss Hühnerbrühe. Okay, so dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja. Also das Raffinierte an dieser Regina, an dem Hut Regina ist der Geschmack von den Rosinen mit dem Rotwein, oder? Ja, die Rosinen schmecken dann nach Zwiebeln und die Zwiebeln nach Rosinen und das Ganze schmeckt wunderbar. So, jetzt geht's los. Ja, da kann eigentlich recht viel Öl rein. Ja. Ich weiß, es ist... Ich tue jetzt nicht so viel Öl rein, weil ich mag dieses heiße Öl für den Körper nicht, aber du magst es genauso, bis du so gewohnt bist. Das ist ganz mageres, das ist ja alles ganz mageres Fleisch und sonst kommt nichts dran. Also beim Huhn ist es so, wenn man das Huhn mit der Haut brät, dann hat die Haut, dann hat das Huhn so 9,7% Fett. Wenn man es ohne Haut macht, hat es nur 1% Fett. Und beim Huhn ist das Schöne, ein Huhn ist sehr eiweißreich, das hat 30% Eiweiß auf 100 Gramm und dann hat es sehr viel Selen. Es hat so, also man sagt, die männliche Brust hat so 41, 42 und die weibliche hat 44, 45% Selen. Und Selen ist gut für die Produktion der Schilddrüsenhormone, für die Entgiftung der Schwermetalle im Körper, für die Haut und natürlich auch sehr gut fürs Herz. Also, jetzt kochen wir praktisch was ganz was Gesundes, Regine. Ja und vor allen Dingen aus Österreich, da bin ich gewohnt immer ein bisschen Fett zu kochen, auch Wammerl oder so, weil das Fett ist ja dann ein Schmalzbrot und ein bisschen Wammerl drauf. Ja, aber man muss sagen, was man damals nicht wusste, dass wenn Sie Fett über 90 Grad erhitzen, geht es leider nicht mehr in Ihre Körperzelle und es landet nur noch in der Fettzelle. Also Sie haben keine Energie, sondern eigentlich nur Reserve. Deswegen gebe ich Fett als Geschmacksträger immer zum Schluss. Dann geht es in die Zelle, man hat Energie und Kraft, man muss nicht immer das ein bisschen deponieren, dass wenn man es irgendwann einmal braut hat, dann kann man es abrufen. Ja, aber jetzt, naja, da bin ich jetzt noch ein bisschen altmodisch. Du hast ja hier ein Jahr, das macht ja nichts. Aber sonst mache ich immer nur mit ganz, ganz wenig Fett. Ja, du hast hier eine beschichtete Pfanne und da ist sowieso ein bisschen leichter, gell? Ja. So, das haben wir jetzt schön abrufen. Ja, spritzen tut es wie die Pässe. Soll ich das raustun? Ja, bitteschön. Okay. Dann dämen wir sie jetzt raus. Ja, das ist, wenn da ein bisschen Wasser drin ist im Huhn. Dämen wir alles raus oder solltet ihr die mit dem Knochen drin lassen? Weil die brauchen länger. Die kann man noch ein bisschen drin lassen. Ja, genau. So, da dämen wir die Blanken raus. Weil die Brüsterl sind ja sowieso gleich fertig. Da, wo der Knochen noch drauf ist, das braucht ein bisschen länger. So, das braten wir jetzt an. Dann passiert was, Magine? Dann, wenn es angebraten ist, also wenn die Zwiebeln müssen jetzt noch ein bisschen bräunen, dann tue ich das Fleisch wieder dazu und ordentlich Rosinen drauf. Und dann lösche ich das Ganze mit einem Schuss Hühnerbrühe ab. Genau. Weil wenn ich sofort den Wein drauf tun würde, dann zischt es. Und ich mache es ungekehrt. Ich schaue, dass ich zuerst den Wein drauf gebe, damit der Alkohol weggeht. Ja, dann machen wir den Wein. Weil sonst hast du Glühwein. Ja, okay. Den brauchen wir nicht. Du sagst ungefähr, wie viel? Ja, aber noch nicht. Dann muss erst einmal das Ganze... Ja, das können wir ja wieder da noch rein tun. So, jetzt. Okay. Jetzt gehen wir da in den Huhn zurück, oder? Ja. Du siehst, das ist das Wasser. Aha. Das da drin ist und das spritzt ein bisschen. Und die Spritzerei. Naja, das ist halt so. Das ist halt so. Manchmal ist es so ein bisschen anders. So. Jetzt sind wir. Das lassen wir jetzt da vor sich hin simmern. Ja, ja, ja. Jetzt kommen schon die Rosinen rein. Ja. Soll ich mit der Temperatur zurückgehen? Es darf eigentlich ganz schön, damit die es auch... Jetzt ist es natürlich so, die Säure vom Wein und diese Rosinen, das ist wahrscheinlich einen wunderschönen Geschmack, oder? Ja. Ja, ja, ja. Oder schmeckst du dann die Rosinen durch? Die Rosinen schmecken nach Zwiebeln und die Zwiebeln nach Rosinen und das Ganze schmeckt wunderbar. Gut. So, jetzt tun wir noch ein Chilisalz drauf. Das ist Chilisalz, ja? Ja. Sehr gut. Gut. Ein bisschen mit der... Brühe haben wir auch noch. Ja, aber ich würde... Was machen wir jetzt? Erst Brühe dazu, oder... Du kannst jetzt schon dazu, weil das reduziert dich ein bisschen ein. Ja, so viel brauche ich nicht, weil das ist sonst... Nein, brauchst du denn ein bisschen was halt? Ja, ja, weil ich koche ja sonst immer, dass ich die ganzen Hühner... Jetzt schaue ich, dass es nicht... So. Und abziehen tust du die Soße dann auch ein bisschen, oder? Ganz am Schluss. Ganz am Schluss, ja. Ganz am Schluss. Gut. Und jetzt, ja, jetzt muss es kochen eigentlich ziemlich stark. Ja, stark. Sagen wir mal, es sollte halt nicht so sein, dass es kaputt geht. Ich gehe jetzt immer auf sieben. Schau her, das köpfe ich jetzt eh. Normalerweise 30 bis 40 Minuten ist es fertig. Ja, immer mit Rotwein aufgießen. So, schau her. Jetzt müsst ihr stärker kochen. Bei dir? Ja. Bei mir darf nie was kochen, bei mir darf es nur simmern. Ja, 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 ja. Wenn es kocht, wird es hart. Naja, so simmern. Das ist doch super. Ja. So, so lassen wir das. Und die Schalotten, bleiben da die dann, oder fallen die auseinander? Ein bisschen fallen sie auseinander, die ich halbiert habe, und sonst isst man sie so ganz mit mit Messerungabel. Das ist ja so, wenn Sie den Strunk drin lassen, dann fällt die Schalotten nicht auseinander. Wenn Sie den hinten wegschneiden, dann fällt es auseinander. Ja. Und so hat man diese Zwiebel schön als Gemüse drin. Genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe ganz wenig nur weggeschnitten. Sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt lassen wir das. Wir machen den Deckel drauf. Ja, machen wir den Deckel drauf. Wir lassen es jetzt so 20 Minuten vor sich hin simmern. Ja. Und dann sind wir wieder da. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höfner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höfner. Regine, das köchelt noch ein bisschen vor sich hin. Probier es einmal. Ja. Was du noch drin haben möchtest. Ein bisschen Wein könnte schon noch rein. Ein bisschen Wein. Ist das okay? Okay. Oder mehr? Ja, jetzt lassen wir es noch ein bisschen köcheln. So, lassen wir es köcheln. Und in der Zwischenzeit, den Reis haben wir schon gekocht. Da haben wir ein bisschen Brühe drin. Da warten wir. Das machen wir ganz zum Schluss. Ja, ja. Aber jetzt erzähl mir noch ein bisschen was über die Oper. Ja, also jetzt bin ich erst einmal in Köln, habe ich die Herstatt pleite gehabt. Kein Geld. Habe ein bisschen gekellnert und ein bisschen in der Ladenstadt. Da war so Cora. Habe ich dann bei Cora ein bisschen Buffet gemacht. Und dann, ja, also ohne Geld. Ich bin einfach von Köln dann abgehauen. Habe da meine Möbel untergestellt und bin nach München. Und habe da erst einmal ein bisschen gejobbt. Hier und da. Und dann habe ich eine Stellung bekommen in der Modebranche. Da habe ich Geld verdient und konnte mich eben meine Schulden langsam abzahlen, die ich noch von Köln hatte. Und erholen. Erst beim Modehaus Kassel, dann beim Modehaus Dietl vier Jahre. Und so war ich immer in der Maximilianstraße mit Tänzern befreundet, die mich in die Oper mitgenommen haben, zu Turnusveranstaltungen, Ballettopper. Alles konnte ich wieder gratis sehen. Und dann habe ich beim Dietl aufgehört, bin zu Mooshammer gegangen, weil ich habe gedacht, die Boutique da im Bayerischen Hof, die ist also ein wunderbarer, da habe ich meine Ruhe vor ihm, weil er war ein schwieriger Mensch. Aber es war ein Jahr, habe ich dort gearbeitet, in der Maximilianstraße, eben bei ihm und eben in der Boutique im Bayerischen Hof. Und nach einem Jahr habe ich es nicht mehr ausgehalten. Die meisten Angestellten sind nach ein paar Monaten schon gegangen, immer von alleine gekündigt und weggegangen. Und ich habe dann gekündigt bei ihm, bekam dann ein Angebot. In der Maximilianstraße, da war der Flachbau, wo die Kassenhallen waren, wo jetzt der Brenners drin ist, da war ein Laden frei. Den hat die Oper, bevor der, jetzt habe ich den Namen vergessen, der neue Intendant kam aus England, der wollte dann einen Opernshop haben. Und da hat die Oper vor, bevor der sein Engagement als Operndirektor, Intendant, hat die Oper, den Opernshop mit mir gemacht. Ich habe dann mit Beck zusammen, der hat mir die CDs gestellt und ich habe dann Schallplatten gehabt, ich habe Fotos. Die Theaterfotografen haben mir Künstlerfotos gegeben und ich habe dann von einer verstorbenen Kostümbildnerin, Charlotte Flemming, habe ich Kostümentürfe bekommen. Das habe ich alles dort verkauft. Nach einem Jahr wurde das dann abgerissen und ich kam in die Oper hinein, zuerst in der Kassenhalle ein Jahr und dann drin im Foyer. Und da war ich 22 Jahre Parkett links, war mein Opernladen. Warte, ich muss nur ein bisschen brühen, da ist nichts mehr drin. Das ist verdunstet. Ja, ja. So, jetzt sind wir. So. Jetzt sind wir, ich sage, jetzt werden wir mal weiterkochen. Super. Hier, das müsst ihr jetzt abziehen. Ja. Ich mache mal den Reis rein, der ist schon vorgekocht. Ja, jetzt schaue ich mal. Was ist das? Das ist dieser Soßenbinder. Ah, einen Soßenbinder. Einen Soßenbinder. Dass es ein bisschen sämig wird. Wird schon sämig, schau her. Ich muss ein bisschen. Wird schön sämig. Ich habe da ein bisschen aus Versehen Wasser drauf. Ja, also nicht so drauf. Das stört jetzt ja wieder, oder? Muss noch ein bisschen dicker werden. Aber das kocht ja noch ein bisschen ein, ne? Ah ja, das ist schon schön. So, schau her. Aber gewürzt, Schubex, Chilisalz. Schauen wir mal. Mache ich Reklame. Danke. Ja, das ist doch gut. Und wenn ich was verschenken will, dann verschenke ich das Bratkartoffelgewürz. Ist auch gut, gell? Weil ich von meiner Oma her Pfeffersalz, Majoran, ordentlich ... Immer schmeckt gut, gell? Ja, das machen wir jetzt warm. Den wir ein bisschen auseinander. Kümmel, Kümmel, Kümmel gehört in Österreich. Gesund, leider mögen die Leute den Kümmel nicht so gern. Ja, dann nehme ich den gemeinen. Ja, weil er sehr gesund ist, gell? Ja, eben. Aber gesund ist er so, ne? So, jetzt sind wir zur Stufe hergegangen. Den lassen wir jetzt warm werden. Dann würde ich sagen, können wir es langsam, wenn wir wollen, anrichten. Es müsste noch ein bisschen ... Schauen wir mal, ja, schon warm ist. Na ja, und da war ich 22 Jahre, habe ich in der Oper gearbeitet. Bis ich 79 war. Das heißt, vor vier Jahren habe ich dann aufgehört. Das ist ja super. Du schaust, ich muss ganz ehrlich sagen, du schaust wirklich toll aus. Du bist eine sehr gepflegte, man kann sagen, Dame. Ja, und das mag ich. Ich mag das, wenn die Herrschaften, auch wenn sie ein bisschen reifer sind, einfach gut ausschauen, gut daherkommen, gepflegt. Und meine Wiener Oma hat mir die guten Gene gemacht. Das ist doch schön, oder? Ich pflege mich sehr. Bist du körperlich auch noch gut beieinander? Ja, ja. Ich habe zwar einen Oberschenkelhalsbruch gehabt, nachdem ich mir in der Oper aufgehört habe. Das hat mich ein bisschen zur Ruhe gebracht. Drei Monate daheimbleiben. Das schadet vielleicht gar nicht. Na eben. Da bin ich ans Fernsehen gekommen. Da konnte ich endlich einmal Fernsehen, was ich 22 Jahre nicht konnte. Also hast du dein Leben gut eingeteilt. Fernsehen, Filme, die alten Wiederholungen, die immer wieder im Fernsehen sind, habe ich noch nie gesehen. Jetzt lese ich viel, gehe auch in die Oper, darf also immer wieder die ganzen Proben. Und Jonas Kaufmann und ja eben. Bist du bei den Proben oft dabei, oder? Immer bei den Proben. Darf ich sein bei den Proben? Bei den Generalproben kriege ich Karten. Schau her, ich tue jetzt ein bisschen was raus. Ja. Nicht zu viel. Den Rest heben wir uns auf. Und zur Premierenfeier bin ich immer auch da. Da kann ich kommen und sitze dann unten bei den Premierenfeiern. Du bist ja nur ein bekanntes Gesicht von der Oper. Ja, auf der Straße sprechen mich noch immer alle an. Deswegen habe ich gedacht, das wäre gut, wenn ich wieder ein bisschen Reklame für mich mache, wie man mit Anstand alt werden kann. Das machst du ja auch, oder? Ja, mit Pflege, mit Bewegung, mit gutem Essen. Schau her, das schaut doch gut aus, oder? Wunderbar. Warte mal. So. Das wischen wir jetzt ein bisschen weg. Dann gehen wir da rüber. Also, Regine, ich muss da ganz ehrlich sagen, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Sehr souverän. Ein bisschen deine Geschichte erzählt, deine Lebensgeschichte. Naja. Dass du kochen kannst, hast du mir bewiesen. Du machst es wunderbar, sehr geschmackig. Auch nicht so spinnert, sondern ganz normal. Halt, den muss ich noch drauf, die Zwiebel. Ja, die Zwiebeln, natürlich. Gott, das will ich dir mal vor. Die sollen ja ganz so viel wie möglich drauf sein. So, jetzt gehen wir mal da rüber. Ja. Und jetzt ein Schluck Wein. Da ist dein. Ach, 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 ach. Pass auf. Das Beste kommt zuletzt. Jetzt kriegst du ein Buch von mir. Ein Gewürzbuch über Kräuter und Gewürze. Ich sammle Bücher. Und das sind die ersten 120 Seiten. Es geht nur um Kräuter und Gewürze. Und dann haben wir für jedes Gericht ein eigenes Bild gemacht, sodass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und auch wunderbar nachvollziehen. So, jetzt schauen wir mal. Da fragen meine Freunde schon, wem vererbst du das Buch? Na ja, so, da denken wir noch nicht dran. Nein, ich noch nicht. Weil die sagen, du wirst 90. Jetzt sagst du, du wirst 100. Ja, jetzt waren wir zuerst 90. Jetzt waren wir erst noch 90. Und dann gehen wir wieder weiter. So, vielen Dank. Und jetzt probieren wir es einmal. Zuerst einmal, Prost. Dankeschön. Regine, vielen Dank. Prost. Danke, hast du es sehr, sehr gut gemacht. Kompliment. Haben wir uns verdient, gell? Und jetzt probieren wir es. Ja. Sehr gut. Eigentlich ein Gericht, das sehr schnell geht. Und das Hühnchen ist schon gar. Ist schon gar, ja. Wirklich? Mhm. Schmeckt mir. Sehr gut. Auch? Sehr gut. Mal was anderes. Sehr gut. Auch die Soße. Wirklich in einer halben Stunde fertig. Oder 20, 40. Durch die Rosinen. Hat die einen richtig. Mhm. Die Rosinen. Voll luminösen, runden Geschmack. Weil normal, wenn ihr mit Rotreifen aufgisst, dann ist sie so spitzig. So frech. Aber die Rosinen runden das Ganze ab. Nein, muss ich ehrlich sagen, ganz, ganz toll. Mhm. Liebe Zuschauer, das Runterschuppen. Kochen Sie es nach, Sie haben es ja gesehen, ganz einfach. Und es schmeckt richtig gut. Regine, vielen lieben Dank. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Fürth euch. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höfner. Ich bin selber. Mitt trains. Ja. Du bist du musst.